2021 wird ein bewegtes Jahr. Corona hat uns noch fest im Griff. Wie reagieren die Märkte? Und was bedeutet das für Sie als Anleger? Welche Möglichkeiten gibt es zugleich, Ihre Geldanlage nachhaltig und sinnvoll zu gestalten? Wie können Sie in Zukunft nicht nur investieren, sondern sinvestieren? Dazu spricht Stefan Schulze-Hausmann im DKWertpapier-Webcast mit Top-Experten aus Bereichen wie Volkswirtschaft, Anlagestrategie und Nachhaltigkeit. Die Experten diskutieren und informieren über Geldanlagetrends und Chancen für 2021. Bringen Sie sich live mit Ihren Fragen ein und gestalten Sie die Diskussion mit. Sinvestieren schafft Zukunft. Der DKWertpapier-Webcast live, online und als Streaming auf Ihrem TV-Gerät. Dienstag, 26. Januar, 19 Uhr. Jetzt anmelden. Wir freuen uns auf Sie.